Willkommen in den Häfen von Harderweg. Harderweg, ein ehemaliges Fischerdorf, mit dem Schiff nicht mehr als sechs Stunden von Amsterdam und Lämmer entfernt, hat einen der schönsten Häfen für Vergnügungsboote in den ganzen Niederlanden. Dort können Sie Ihr Boot nur wenige Meter von einer der längsten historischen Stadtmauern unseres Landes anlegen. Harderweg verfügt über drei Häfen mit gleich 150 Liegeplätzen, der Strandhafen, der Stadthafen und der Fischerhafen. Per Boot ist Harderweg einfach zu erreichen über den Volderwaite und das Veluvemeer. Insbesondere die Reise vom Veluvemeer aus ist spektakulär, denn sie fahren über ein einzigartiges Äquadukt, während in der Ferne die Konturen von Harderweg bereits sichtbar sind. Die Stadt Harderweg hat eine reiche Geschichte. Schon 1231 wurden ihr die Stadtrechte verliehen. Ihre Historie wurde geprägt von Fischern und Seeleuten und dem Räuchern von Aal. Und heute ist da natürlich das spektakuläre Dolfinarium, das nur einen Steinwurf vom Stadthafen entfernt liegt. Ihre Tour durch Harderweg kann beim nagelneuen autofreien Boulevard beginnen, wo Sie eine große Auswahl an Restaurants vorfinden. In der Innenstadt, die schon wenige Meter vom Hafen entfernt beginnt, gibt es Dutzende von Lokalen mit Menüs aus aller Herren Länder. Am Fischmarkt befinden sich sogar zwei Restaurants mit Michelin-Sternen. Aber dank der vielen Geschäfte mit breitem Angebot kann man auch herrlich bummeln und shoppen. Verfügen Sie über Fahrräder? Harderweg liegt am Rand von schönen Naturgebieten. Die Veluwe und der Flevopolder. Unweit des Hafens kann man auch Fahrräder mieten. Die Hafenmeister wissen, an wen sie sich dafür wenden können. Fischerhafen Der Fischerhafen ist der älteste Hafen von Harderweg. Von diesem Hafen aus erreicht man die gemütliche Stadt zu Fuß in wenigen Minuten. Dort sehen Sie alte Schiffe in der Werft, an denen oft gearbeitet wird. Dieser Hafen wird derzeit modernisiert und soll 2021 in neuem Glanz erstrahlen. Stadthafen Der Stadthafen ist ein neuer Hafen. Hier lag früher ein Parkplatz, der einem modernen Hafen für unterschiedliche Schiffe gewichen ist. Der Stadthafen liegt am autofreien Boulevard von Harderweg. Von hier aus erreichen Sie zu Fuß in einer Minute die Restaurants und das Einkaufsgebiet. Nur wenige Meter von Ihrem Liegeplatz entfernt finden Sie einige gemütliche Restaurants. Ganz in der Nähe ist auch das berühmte Dolphinarium von Harderweg. Strandhafen Dieser Hafen ist nach dem Strand benannt, der sich gleich daneben befindet. Dieser Strand liegt auf einer Halbinsel und verfügt auch über einen Beachclub. Beim Strandhafen finden Sie wenige Meter vom Landungssteg entfernt auch einige Restaurants. Der hiesige Boulevard ist ebenfalls autofrei. Von dort aus erreichen Sie in einer Minute die gemütliche Innenstadt mit ihren vielen Gaststätten, Restaurants und Geschäften. Deutsche Besucher sind begeistert von Harderweg, wie beispielsweise Helga und Bernd Mann. Wir kommen aus Erkelenz, also in der Nähe von Rommond, auf deutscher Seite. Ja, wir sind einfach jetzt mit dem Schiff unterwegs, sind die Randmeeren entlang gefahren und haben uns Harderweg jetzt vorgenommen. Der erste Eindruck ist sehr positiv und ein sehr freundlicher Empfang, allein auch durch den Hafenmeister. Also da muss man sagen, ganz tolle Ankunft. Restaurants noch nicht, aber Geschäfte haben wir schon gesehen. Wir haben auch schon ein bisschen eingekauft. Sehr schöne Geschäfte, sehr schöne Innenstadt, wirklich alles fußnah auch zu erreichen, wirklich wunderschön. Informationen Fahren Sie nach Harderweg? Alle Brücken sind mit Kameras versehen, die von 8 Uhr bis 20 Uhr mit dem Brückenwächter in Verbindung stehen. Dies gilt nicht für Wasserfahrzeuge, die sich Harderweg vom Wilderweg her nähern. Sanitäranlagen Die sanitären Anlagen im Fischerhafen sind behindertengerecht. Sie sind von 8 Uhr bis 20 Uhr geöffnet. Dieses Gebäude verfügt über eine Nachttoilette. Die Sanitäranlagen im Stadthafen sind 24 Stunden am Tag geöffnet. In diesem Sanitärboot finden Sie kostenlose Toiletten, Waschbecken und Duschen mit warmem Wasser. An-Aus-App Sie können alle Gebühren wie die Hafengebühr, Gebühren für Strom, Wasser und den Zugang zu den Toiletten mit Hilfe der praktischen und einzigartigen An-Out-App, zu deutsch An-Aus-App abrechnen, die Sie dafür einfach auf Ihrem Handy installieren. Harderweg stellt sich vor. Weitere Informationen www.visitharderweg.com Sie können auch anrufen Ländervorwahl 31 341 411 339 oder eine E-Mail senden hafendienst at harderweg.nl Untertitelung des ZDF, 2020